Wenn ich irgendwo in einer Talkshow bin oder irgendwo ein Interview führe, dann habe ich zunächst mal die ersten 30 Minuten, muss ich mich für Kalbitz rechtfertigen, für Gauland rechtfertigen, für Höcke rechtfertigen, für alle möglichen Leute rechtfertigen, ja? Warum die das gesagt haben und wieso ich noch in dieser Partei bin. Dass wir hier mit diesem Resettlement-Programm überfremdet werden sollen, noch mehr als ohnehin. Also gibt es ja die Kombi per Flugzeug, die werden unten ausgewählt in Afrika und sollen uns dann hier bereichern. Die Merkel ist eine installierte Frau von damals, die über Kohl, über... Und das einzig sinnvolle Hygienekonzept für unser Land ist es, diese Politiker wegzuflegen! Immer über die gute Argumentation und die geschliffene Rede und den hochkompetenten Inhalt kommen, die müssen wir promovieren. Und dann behaupte ich, haben wir über die Zeit eine Chance aus dem Ghetto herauszukommen. Das Heil kommt eh nicht aus Deutschland, das kommt dann aus dem Ausland. Nee, diesmal müssen wir es alleine schaffen. Wenn außenrum alle Länder schon von Rechtspopulisten regiert sein werden, dann wird der Deutsche irgendwann einfach kippen, ja? Wir haben die NATO, natürlich. Wir können nicht Schiffe ins Mediterraneen schicken, um alle diese Flüchtlinge zu schicken. Aber, you know... Fuck you guys, hier ist die Linie, wir werden nicht mehr über die Linie crossen. Aber ich würde das jetzt bitte nicht aufnehmen wollen mehr. Was? Was wir jetzt diskutieren. Wie, nicht aufnehmen? Ich will das nie aufgenommen haben. Es ist immer dieselbe Diskussion. Wem nützt es? Wozu? Was wir jetzt machen? Bo risks denn... tome ... Boa!